Wir schauen jetzt in die Welt des Fußballs, denn Bundesligist FC Augsburg trennt sich von Trainer Enrico Maaßen. Das hat der Verein auch offiziell bestätigt. Bis zur Verpflichtung eines neuen Cheftrainers wird Augsburgs U-320-Trainer Tobias Strube die Mannschaft betreuen. Unter Maaßen holte Augsburg nur zwei Siege in 19 Pflichtspielen und am vergangenen Samstag verlor die Mannschaft 1 zu 2 gegen Aufsteiger Darmstadt. In der Tabelle heißt das aktuell Platz 15 nicht gut genug für die Vereinsbosse. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.